Wenn eine Walliserie wie ich im Graubündel auf der Bühne stehen darf, dann ist das nicht nur gut, nein, dann ist es Zeit für deine Schlägertage in Sedrun. Ich hoffe, wir sehen alle zusammen und feiern ein grosses Fest mit vielen tollen Interpreten. Also, bis bald am 9. und 10. September in Sedrun. Ich freue mich auf dich. Ich bin Vanessa Grant. Ich bin rundherum zufrieden, ich lieb meine kleine Welt und geniesse jede Stunde, weil es mir ein Jahr nichts wird.